Nach dem gefeierten i30N präsentiert Hyundai nun seinen nächsten voll alltagstauglichen Hochleistungssportler, den i30 Fastback N, ein viertüriges elegantes Coupé in der GTI-Kompaktklasse. In der Frontansicht lässt sich der i30 Fastback N mit dem ganz in schwarz gehaltenen Cascading-Kühlergrillant, aus dem N-Logo, nicht vom i30N unterscheiden, aber in der Heckansicht und im Profil dagegen schon. Die Coupé-Limousine ist um 12 cm länger als der 5-Türer und bietet dadurch einen größeren Kofferraum. In diesem befindet sich auch eine Domstrebe. Am Heck besticht der Top-Sportler von Hyundai mit einem Diffusor und einer Abgasanlage mit doppelten Endrohren. Auch im Innenraum zeigt sich der i30 Fastback N als schicker Sportler, mit schwarzem Dachhimmel, zahlreichen Einlagen im Chrom- und Alu-Look, sowie vielfach verstellbaren Sportsitzen, ebenso wie zahlreichen Zierelementen. Das Sportlenkrad und der Sportschaltknauf sind mit dem N-Logo bestückt, Pedale haben eine Metallauflage und die Instrumente eine eigene Skalierung und rote Zeiger. Neben einer Zwei-Zonen-Klima-Automatik sind ein 8 Zoll großes Navigationssystem mit digitalem Radioempfang, Bluetooth, Rückfahrkamera sowie zahlreiche Assistenzsysteme serienmäßig. Geschaltet wird immer über ein präzises manuelles Sechsganggetriebe mit kurzen Schaltwegen und die Vorderräder werden von einem 2 Liter Turbo-Benzin-Direkt-Einspritzer mit Otto-Partikelfilter angetrieben. Die Basis-Variante hat 250 PS, wir durften die 275 PS starke Performance-Version ausprobieren. Nach dem Drücken des Startknopfs kommen sofort kräftige Lebenszeichen aus dem regelbaren Klappenauspuff. Der Sprint von 0 auf 100 ist in 6 Sekunden möglich. Die serienmäßige elektronisch geregelte Differenzialsperre an der Vorderachse in Zusammenarbeit mit dem einstellbaren Sportfahrwerk hält den Kompaktsportler auch beim Beschleunigen aus Kurven präzise auf Kurs. Mit den Fahrprogrammtasten kann vom Echo über den Normal in den Sport- und M-Modus geschalten werden, um die Fahreigenschaften der gewünschten Fahrweise anzupassen. Der Hyundai i30 Fastback M lockt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und ist in der Basis-Variante ab 37.490 Euro erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017